mit centus den ich gerade getrollt habe ich bin abgestützt das ist nicht zu schaffen ja toll kettensäge komm schon steinmann das war speichern ja wo die 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 behindert ja du bist warum denn die Ich habe die Einstellung gerade nicht übernommen. Ich habe keine Ahnung... Pinnert Pinnert Ich glaube ich muss noch einen anderen Pick nochmal nehmen. Den da. Dütütütütütütütütütütütütüt. Nee nee ich nimm den da. Oh. Na das war auch fair. Autsch. Ach komm ey. Yoshi, kannst du nicht dein Maul aufreißen? Warum klappt das denn nicht? Ich rick mich jetzt schon wieder auf. Jetzt muss ich mal eben kurz... Weiß ich nicht. Aber ich schaff das an manchen Stellen, da kriegst du das gar nicht hin. Ja, da ist unsere Konzentration auch irgendwann weg. Ich weiß nicht wie Stefan das geschafft hat. Glück. Der Arsch. Mit Glück! Mit Glück oder Spuck. Er hat einfach nur in die Hände gespuckt und hat es geschafft. Machen wir mal ein save hier. Jetzt kommt das mit dem Koopa. Ja. Haha, geil. Nein, jetzt hab ich... Hä, äh, äh, äh. Das geht doch gar nicht. Weeeee. Das, der kommt... Äh, ne, ne, ne. Da kommt man nicht hoch, da kommt man nicht hoch. Fack ist es. Fack. 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 Facks hast du? Fack. Ja, weil ich immer gegen den Block springe, der da ist. Der dann auftaucht. Ah, nein! Okay, ich versteh es. Du verstehst gar nichts. Ne. Hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen, Flash! Hör auf zu lügen! Oh nein, jetzt hab ich... Ach, jetzt hab ich Koopa nicht gefressen. Aha, schlecht! Ey, das ist so scheiße, dass man alles fressen muss, ne? Ja, ne? Schön, ne? Lampstags. Oh! Schwer, ne? Okay. Ich muss noch mal kurz was in den Einstellungen gucken. Dann schreibe ich wieder ab, weil ich eingestellt. Ihr zerfackt! Ah, jetzt hab ich wieder Koopa nicht gefressen. Kacke. Doch egal. Du bist einfach nur doof. Muss ich den da an... Kann ich den eigentlich auf den Koopa werfen? Was? Ah, dann muss ich den dabei in der Hand haben. Dann kommst du den auf den Koopa werfen. Mach den zu, ne? Okay. Guck ich das mal so. Hui! 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 Ah, natürlich nichts. Hui! 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 Nein! Hör auf! Ach, du mich aufgeschritten! Mario, du sollst... War natürlich nichts. Mario, du sollst das schaffen, hab ich gesagt. Nee. Es geht doch nicht. Wie soll das klappen? Hm. Ich weiß es auch nicht. Das ist so gemein, ne? Na? Oh, meine Augen, ey, die gehen schon wieder ab. Ja. Ey, wie leckt das? Bei mir so ein bisschen... Wahrscheinlich weil ich auch im Rändern bin nebenbei. Ach! So? Nö. Habe Pause gedrückt. Ja. Das macht keinen Unterschied. Bleibt nicht. Ne, bei mir macht das einen Unterschied. Ja, wieso das denn? So, nur ein Emulator. Ja, aber dann nickt das nicht. Weil ich dann alle komplett CPU auf das Ding immer lasse. Aha. Aha. Aha, du bist ein Faggot. Wie das schneller geht. Du bist ein Faggot, hab ich gesagt. Ne. Och, Mann, ey. Kannst du mich jetzt so ans Arschen? Ne, das geht nicht. Hab ich gesagt. Ja, er springt dagegen. Ach, warte mal. Ist das vielleicht... dieser... Luftsprung? Geh mit hin. Ich glaub, das ging bei Mario nämlich auch. Weißt du, wenn du in den richtigen Moment gesprungen bist. Hm. Klar. Oh, wie soll ich das denn noch schaffen, ey? Weiß ja nicht, gar nicht. Das war doch nur zu blöd dazu. Du bist so gut. Du bist so gut. Oh, wie soll ich das denn noch sagen. Da habe ichs. Du bist so gut gefängeln. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut. Ich suche. Du bist so gut. 2 machen was gibt es dann noch zwei und drei ja genau zentos wer weiß ob die nicht einfacher sind als ich habe irgendwie gehört die sollen echt einfacher sein die anderen teile okay hat sie den schon wieder fällt wenn man dann da auch nicht mal gar nicht mehr weiter kommen dann kann man es auch lassen glaube ich jetzt schon pausieren um das rendern warum oder cpu auswärts und zeigt auch man schweiß noch nicht mal runter machen wir 20 minuten natürlich du timing ach man ey ich kurz jetzt schon ab auch wenn man neue regeln machen wenn das cheated einfach nur genau auf einmal so club geschafft hat er das rein zufällig rein ohne materien verdammt ach ich krieg nen anfall ey schmeiß gleich den controller irgendwo hin und das wird sein machen machen will ich hören schon nach 10 minuten krieg ich schon so nen anfall ja ich bin noch nicht mal 10 minuten 9 minuten gleich komm fick dich du arsch dann haben wir erst gleich 9 minuten ja stimmt ja comment jetzt 9 minuten boah ich kriegte ich jetzt schon ein sackgesicht ein sackgesicht ach man spiel kannst du nicht mal 5 minuten weiter nach vorne gehen nein ach schmeiß nur noch den wichser runter boah 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 haut bau ha coincidence Cooc cac supp quality arsch is he To му Nö. Nö. Fergitt, ich hab's gesagt, spring! Ach, was denn? Ich kotze mich an die Stelle hier. Oh, ich bin gestorben. Oh nein, ich war da hinten drauf. Oh, ich bin flasch, ich bin so bescheuert. Hab ich's gesagt? Ich mach mal hier nen Save jetzt. Aber ich stell mir die Save-Taste um. Mach's du mal. Genkis, Save hier. Genkidama! Genkidama in dein Po!